Oh, na wenn das nicht der Inquisitor ist. Was wollt ihr von uns? Probleme? Ich habe zwei Söhne und eine Schwester an diesem Krieg verloren. Jeder hatte jemanden verloren. Sind das genug Probleme für euch, euer Gnaden? Ihr könnt auf der Stelle Kehrt machen und dahin zurückgehen, wo ihr hergekommen seid. Und welche Rolle spielt das? Ich kenne euch. Ich kenne Leute wie euch. Ihr spielt eure Spiele und benutzt meine Söhne, um eure Schlachten für euch zu schlagen. Denkt ihr, wenn das alles vorbei ist, spielt es auch nur die geringste Rolle, wer gewonnen hat? Gaspar oder Selene? Für uns hier unten im Dreck ändert das nichts. Das sind nur Worte. Es wird erst dann wieder besser, wenn die Toten nach Hause kommen. Doch das kann nicht mal der Erbauer bewirken.